Hey Freunde, damit kommen wir zum Season Woche 1 Auftrag Erhalte Schilde, indem du auf Schlürfsprungpilze hüpfst Insgesamt müsst ihr da zweimal drauf hüpfen, denn wir brauchen insgesamt 10 Schild Ich zeige euch kurz, wo ihr das Ganze finden könnt Und zwar begeben wir uns hier direkt zu Fetziger Forst, denn dort haben wir die ganzen Pilze Wie ihr hier aus der Luft schon seht, haben wir hier die ganzen großen Pilze Und hier zwischendrin in hellblau haben wir diese kleinen Pilze Und genau diese kleinen Pilze brauchen wir Jetzt landen wir hier einmal fix So, wie ihr hier seht, haben wir hier die kleinen Pilze So, jetzt springen wir hier einmal rauf Zack, und kriegen dadurch insgesamt 5 Und durch den zweiten Sprung 10 So, und wie ihr seht, ist der Auftrag damit dann auch schon abgeschlossen Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da Und bis dahin sehen wir uns im nächsten Clip Ciao 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 Ciao